sterben wenn sie ihn sicher wenn sie sich in sicherheit bringen werden sie sterben werden sie sich erholen ja und wer wird sie sich nicht in sicherheit bringen können wenn sie sterben ja ich habe einen englager auf der tastatur gab sie haben uns im visier ich sehe aber schönes was denn dieser zeichen einfach einfach schafften gewährten automatisch muss die waffe nicht sicher kann man auch auf den fünften teilen ein scharfschützen gewehr 5 schuss ich glaube dass er gleich hat helena auch hatte ja hier das wo ich zu und rinneufer wird okay was er mit nix übrigens zwei sind liebe 6 dann ihre ip und bitte barrio master wir sind wieder back in business im dreck nach der letzten aufnahme ja so eine minute später direkt wieder auf ja wenn es heute müssten wieder menschen sterben ja passiert halt ja wenn wir auf der suche nach einer morgen die ein paar leute hier betrüger von chris einheit ja warum auch immer die hat gemacht hat mal ist dann ist noch mal was macht man auch damit dem schafften gewährte keine wärmesicht ne ich nur mit meinen ja ich schieße mal den hinten ab durch den krieger du hast du dir erwischt das noch einer wo ich glaube ich halte ich im fackel so sehr mit diesem scharfschutz gewehr ja überhaupt da sind noch zwei scharfschützen ein welchen fast glaube ich die in die finger kriegst oder liegen säuregeschossen und ich kann sie sich mitnehmen ja ich nehme die säuregeschossen mit ich bin ich glaube ich glaube ich habe sie nicht mehr das war erst noch einer ich glaube ich habe sie verstanden wir müssen herausfinden wo an worte sie darf nicht entkommen darunter ich habe die leiter bereits oder getreten das passt doch auch ja schon drin da ist sie ich habe ich im dunkel erkannte ja das rot starr starr hervor nein weil ich darüber kletzten aber auch jetzt bei mir ich würde jetzt zu nahen den rangen ja genau so ist ja in menschlichen popcorn ja das recht ist popcorn sogar kann man auch jetzt kann ich nie wieder popcorn essen auch im leben im flugzeug schlangenabzeichen denn es funkelt und glitzert irgendwie ist ja nichts als hier ist das gewisse nichts mal ganz momentan voll vielleicht dann als nächstes weil er nicht ich meine danke ich glaube nicht so bekommen wir das nein nein das war der tp ich glaube ja das ist ein kurs kraut ich habe zu füllen den kanzler vieles erzählen so geht er nicht kaputt das ist das ist dieser tipp der mit ganzen hochgehoben hat in der ein mission ich nenne ich will sie die lula scharme darum ist auch noch einer die ganze auf den schatten ist gar nicht gestorben oder so ein ganz dicker jetzt ganz dick durch mein panzerbrechenden ding einfach zermöben ganz große klasse was soll denn noch alles schief gehen wie zur hölle wir beide müssen eine mission erfüllen verstanden ja vielleicht können wir es sprengen bringen ein paar galatwerber ja zerstören sie die barrikade und ich darüber schicken ich habe hier was für das shop gefunden ja man möchte ich mir so warten sollten aber ich bei mich also wir ja noch weiter gefällt das ruft doch hier nach ein granat wer von der folger nehmen kommt ja sonst wieder zu ihr einzusetzen was er war ja was er denn der lecker ich glaube ich nein 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 ich habe grüß graus ich habe ich habe ich habe ich habe ich habe glaube ich ich komme auch glaube ich zu wissen ich muss immer vor wenn du soll mal machen ja oh mein gott helfe da oben schützen sehe ich da das gesicht ok jetzt im pop hat war vorsichtig hinter dir ja klar ich lasse dich ja allein den spaß haben an kann hatte das schaffte aus schaffte zu leben ja genau schaffe sein halte klappe da wäre so gut wenn ich jetzt getroffen hätte mit dem kanadwerfer ja er ist dauernd bei dem popcorn verwandelt dann ist noch einer nicht gesehen so weißt du was ich aktiviere ist das teil er macht hat er muss erst gekurbelt werden eine kugel habe ich ja gerade was muss man denn machen möchte man ich nehme an du musst auf eine andere sei da auch noch abgehört also ich gehe mal rüber zumal rüber und hier rüber klettern dann über das rohr ich mache da wieder ganz hoch kommen ob er rüber springen kann nicht ich kann nicht so man kann sein drin irgendwas machen ab da jetzt kann ich aktivieren okay okay weg wir arbeiten weiter das wird nicht zu lernen und habe die ganze zeit den blöden sprach auf das war ein kacktag ja ich glaube ich habe die sachen die ich hier hinterlassen wir noch hier liegen ich höre wo noch schüsse ja wie kommen wir denn hier runter ich bin unter scharfschützen schwer zu zielen kontrollierter punkt land granate meine entschuldigt in dein gesicht und sein ist ein fuß in deinem rücken ich glaube das war keine gute idee das hat weh getan so stück und hinter der menschliches popcorn grüß gott direkt mal kombinieren ich brauche ein rotes mal raus was er der richtige wix nicht getroffen nur ein toter soldat ist ein guter soldat so wie unsere soldaten kämpfen nein nein wer werde ich sie deklarieren aber vielleicht nicht doch versteht das war gegen jemand dran mein gott haben wir wollen auskommen es schlägt wird um sich und für zeugs ein kaut ein ticktack noch übrig ich habe kein ticktack mehr übrig wenn man erst das spray benutzen war er so ein so ein erstes bei habe ich noch danke okay wenn ich noch ein ticktack ich habe gar nichts anheilung erwartet doch ich habe drei tacks nein die scheinbar war mich entdeckt und zwar hier in orien ich versuche es genau nach oben es war also gehen wir nach unten was habe ich ja platte meine mittel ja ich habe hier bisher küssen also die kisten ja alle verpasst bei der leiter unter der leiter keine kiste darf überleben tatsächlich das war jetzt keine kiste darf überleben sonst kriegen wir keinen edelstein naja moment mal moment mal falsches spiel das war für eine anlehnung crash band die code also ja dass du das nicht habe ich dich gerade hatte sofa so dran gekriegt schon eine weile ja okay ich hasse es nicht wenn man jetzt ein hebel und hebel die kämpfe in der stadt weiten sich aus wir wissen sagen sie den jungs sie sollen durchhalten wir sind dabei hier sind wir wieder ja ja dauert mit nichts und das flugzeug kann gerade jemand genau gesehen apropos flugzeug oh mein gott soll das ein bit sein ich glaube wir sind ich länger willkommen vorsicht menschliches popcorn soll die folge menschliches popcorn sein machen macht euer popcorn wird bereit heute gegen fahrt kommt ja holt euer popcorn raus aus den belly dass sie sich dann wenn ihr popcorn mit anderen augen sehen da ist das chat und ballert und ballert und ballert und weil ich kann nicht aufstehen ja ich war bitte legen stehen wir mal auf ja 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 ich glaube ich und ich betont nein 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 er versucht mich zu treten nein er versucht mich zu gehen weg von mir er hat sich getreten der hat sich getreten so drei viermal versucht mich zu treten man vierten mal fünfmals getroffen ich wollte gerade zurück ein ich wollte gerade zurück ein steht jetzt ich die kämpfe in der stadt weiten sich aus und jetzt ich sagen sie den jungen sie sollen durchhalten also wenn er rauskommt müssen wir den ersten zum flugzeug ausbauen da dann hat er dann hat er dann hat er dann hat er dann soll das ein nicht wo ich den volk ich habe ein gutes kraut bekommen holen rotes ich habe ich habe es denn nicht obwohl ich den ich bin ich bin kaputt ich bin ja auf der rechten seite ich habe sie ratschelle ich ja komme nein 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 ja da durchkommen glaube ich habe ihn ja bin ich ich lebe doch er hat mich da gerade geboxt du kannst du fragen da menschlich das popcorn da auch hinter uns kommt einer glaube ich da gibt mir rückendeckung ok bevor sich die menschliche popkorn verwandelt dafür müssen wir irgendwo lang hier ist die tue hey lassen sie mich rein ja 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 konzert das ist doch einer nein daneben war war show you could aber als ab dann angefangen zu brennen zum von der ruhigkeit aber ja naja auf jeden fall viele punkte wo kommt ihr alle her habt ihr irgendwo lässt oder so wenn er zu brennen und er war das nicht in einen kopf kommen aber ich habe keine person zu machen das ist ein wunderschöner 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 ich gehe jetzt ja raum ich auch da müssen streck sich ja ja ein bisschen ist etwas untertrieben für das nicht hier lang einer offensieheit fühlen sie schon wie es sich in ihrem körper ausbreitet ich gebe ihnen genau das was sie mir gegeben haben simmons zuerst werden sie angst haben aber keine sorge sie werden nur zu dem monster dass sie immer waren sie und jeder andere auf dem planeten sie und ihre familie haben die welt zwar zu dem gemacht was sie heute ist aber ab morgen wird sich alles vollkommen ändern ok alles klar wenn sie hat sagt ja sie ist die wahre bösewicht in ihr ja sie ist die diese bösewicht hier aufzug jetzt fahrstuhlmusik einfügen das go sie geht durch der tür hat jemand geklopft hallo also hallo hallo was so bei gott für helfe aber eine gute granate oder nicht nach dem der spinnt wie ich am ersten kapitel getroffen haben habe ich sie erwischt das heißt und meine granate wieder bekommen das muss ich hin da muss ich hin da müssen wir hin hallo was da passiert ich war ein rotes ich brauche ein rotes dass ich brauche ein rotes wo ja was ich brauche ich weiß ich meine frage oder man soll die geschosse na gut dann durch mal meine kräuter kombinieren ich habe so wenig platz in meinem teil meine faust in der gesicht ja das war eine gute gradate mit dem platz wir erschaffen weiter war draußen draußen mit keine ahnung ich habe noch nie nachgeguckt